In der Ankunftshalle des Flughafens Warner werden Sie von Ihrem persönlichen Dentaprame-Chauffeur in Empfang genommen. Der Schalter befindet sich direkt hinter der Gepäckausgabe und ist nicht zu übersehen. Der Chauffeur fährt Sie zu Ihrem Hotel in einem Fahrzeug der Dentaprame-Flotte, zu der auch schon E-Shuttle gehören, die Sie umweltfreundlich mit Solarenergie aus eigener Produktion von A nach B bringen. Genießen Sie die Fahrt und Ihre ersten Eindrücke von Bulgarien. Nach kurzer Fahrt kommen Sie an Ihrem Hotel an. Ihr Fahrer begleitet Sie zur Rezeption, Sie checken ein und erhalten Ihre Schlüsselkarte. In den Dentaprame-Partner-Hotels treffen Sie oft auch andere Patientinnen und Patienten, mit denen Sie sich, wenn Sie möchten, austauschen und etwas unternehmen können. Erkunden Sie doch, nachdem Sie sich frisch gemacht haben, die Umgebung. Unsere Partner-Hotels im Kurgebiet Sveti Konstantin Elena sind nicht weit vom Meer entfernt. Genießen Sie die frische Meeresluft und die entspannte Urlaubsatmosphäre von Sveti Konstantin. Übrigens, unser Freizeitmanager Erwin organisiert auch tolle Events und Veranstaltungen, an denen Sie zwischen Ihren Terminen teilnehmen können. Am Tag Ihrer Ankunft oder am nächsten Morgen holt Sie Ihr Fahrer ab und bringt Sie in die Dentaprame-Zahnklinik. Sie können das Gebäude gar nicht übersehen. Das große, weiße D steht im Guinness-Buch der Rekorde als Größtes Gebäude in Form eines Buchstabens und ist sogar aus dem Flugzeug zu sehen. Doch auch von innen bietet die Zahnklinik Rekordverdächtiges, modernste Technik, erfahrene Spezialisten und höchste Hygiene. Die Tür öffnet sich nur unseren Patientinnen und Patienten durch Gesichtserkennung. An der Rezeption werden Sie freundlich begrüßt. Zuerst geht es zur Schuhreinigung. Dies ist eine wichtige Maßnahme zur Keimzahlreduzierung in Gebäuden. Anschließend erklären wir Ihnen den Ablauf und Sie erhalten ein Armband für einen abschließbaren Schrank. Unsere Mitarbeiterinnen stehen Ihnen jederzeit für Fragen, Probleme oder sonstige Anliegen zur Verfügung. Unser Ziel ist es, eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen, in der Sie sich entspannen und Ihrer Zahnbehandlung ohne Angst entgegensehen können. Nehmen Sie kurz im Wartezimmer Platz oder genießen Sie eine Tasse Kaffee oder Tee in unserer Cafeteria, bis Sie aufgerufen werden. Für Ihr Smartphone erhalten Sie ein Schließfach mit Lademöglichkeit. Wir beginnen mit der Diagnostik. Hierzu gehört die Aufnahme des Befundes und der digitale Abdruck. Dabei fotografiert die Diagnose Zahnärztin Ihre Zähne mit einem speziellen Stift. Tausende dieser Fotos werden in Sekundenschnelle vom Computer zu einem digitalen Abbild Ihrer Zähne zusammengesetzt. Dies ist bei vorhandenen und erhaltungswürdigen Zähnen die Basis der weiteren Planung. Im nächsten Schritt erstellen wir ein dreidimensionales Röntgen Ihrer Zähne und des Kieferknochens. So können wir Knochenaufbau, Implantation und Prothetik exakt planen. Die hohe Präzision und die drei Dimensionen ermöglichen, dass das Setzen der Implantate risikolos und erfolgreich verläuft. Mit Befund, digitalem Abdruck und 3D-Röntgenbild erstellen nun unsere Spezialisten die Behandlungsplanung. Wir erklären Ihnen im Detail, wie wir Ihre Zähne vollständig und nachhaltig sanieren, damit Sie Ihr ganzes Leben Freude daran haben. Am nächsten Tag geht es dann schon los. Wir machen Sie bereit für Ihre Zahnbehandlung und geleiten Sie zu Ihrer Behandlungsstation. Dort wartet bereits Ihr Zahnarzt auf Sie und freut sich, Sie begrüßen zu dürfen. Viele unserer Patienten leiden unter Zahnarztangst. In diesem Fall stehen Lachgas- bzw. Dämmerschlaf-Narkose für Sie bereit. Auch wenn Sie sich zu Hause noch Schöneres vorstellen können als eine Zahnbehandlung, nach Ihrem Aufenthalt bei Denta Prime werden Sie sich sagen, ich fühle mich wie neu geboren.